Und die Follower habe ich jetzt tatsächlich in kurzer Zeit aufgebaut. Wie gesagt, man kann sagen, die Methode funktioniert. Herzlich willkommen zum neuen Video. Und zwar war ich auf YouTube unterwegs und habe dieses Video hier gefunden. Das ist ein englisches Video. How to get 1000 TikTok-Follower in 5 minutes. Also wie man es schaffen kann, 1000 Follower auf TikTok in gerade einmal 5 Minuten zu bekommen. Das ist eine neue Methode. Und ja, ich habe das Ganze mal getestet. Und bevor ich zeige, wie ich das Ganze getestet habe und bevor ich erkläre, wie das Ganze funktioniert, bitte einmal abonnieren. Weil ich habe gesehen, die meisten schauen immer die Videos, aber haben nicht abonniert. Deswegen jetzt einmal abonnieren. Ist ja auch komplett kostenlos. Und ja, dann Dankeschön und dann starten wir jetzt direkt durch. Und zwar, wie funktioniert das Ganze? Wir gehen mal aus Video rauf. So, hier sind wir jetzt im Video. Ich kann das Video natürlich jetzt nicht komplett laufen lassen, weil ansonsten würde mein Video hier gesperrt werden. Und zwar, er fängt an, er zeigt erstmal hier seinen Account. Dann zeigt er, dass er hier mehrere tausend Follower aufgebaut hat. Und dann zeigt er hier die Methode, mit der man angeblich so viele Follower in kurzer Zeit bekommen kann. Und zwar soll man zunächst einmal hier diesen Profil hier, Charlie D. Amelio, folgen. Also hier über 64 Millionen Follower. Und dann soll man allen Vorschlägen hier unten, denen soll man auch folgen. Und ja, dann soll man hier auf seinen eigenen Account wieder gehen. Das heißt, man geht dann auf sein Profil. Und dann hat man ja ungefähr 30 Leuten, denen man gefolgt ist hier. Und dann soll man den Leuten, hier sieht man es dann, soll man den Leuten wieder entfolgen. Und dann drei Minuten warten und dann den Leuten wieder folgen. Und das Ganze dann dreimal wiederholen. Und ja, angeblich soll man mit dieser Methode dann wirklich ganz schnell viele Follower aufbauen können. Und ja, ob das Ganze tatsächlich funktioniert und ob das Ganze auch in Deutschland funktioniert, das werde ich jetzt mal testen. Viel Spaß dabei. So, und zwar habe ich jetzt hier mal einen Test-Account erstellt. Ihr seht es hier, Test-Account mit null Followern, null Likes und auch null Personen, denen ich folge. Und jetzt werden wir den Trick, den er im Video erklärt hat, einfach mal anwenden. Und zwar, wir gehen jetzt erstmal hier auf Entdecken. Dann suchen wir jetzt hier Charlie D. Amelio, wie auch immer. Und ja, sehen wir hier schon knapp 98, also fast 100 Millionen Follower derzeit. Gehen wir hier erstmal auf Folgen. Und wir sehen natürlich auch, sie hat hier einfach unglaublich viele Aufrufe. 40 Millionen auf ein Video, 27 Millionen, 36 Millionen und ja, immer über 20 Millionen. Das ist wirklich echt gut. Und jetzt haben wir hier unten den Konten in allen Folgen hier. Das mache ich jetzt mal. Das dauert jetzt ein bisschen. Im Video hatte er, glaube ich, ungefähr 30 Leute. Ja, das machen wir jetzt einfach mal alles hier. So. Dauert natürlich ein bisschen. Und ja, so. Jetzt gehen wir mal auf alle Anzeigen hier. Und ja, hier kommen auch nochmal ein paar Leute. Ihr seht natürlich, das sind alles Leute, die schon einen blauen Haken haben. Übrigens, ich habe schon mal ein Video gemacht, wie man es schaffen kann, den blauen Haken zu bekommen auf TikTok. Werde ich euch auch mal in der Videobeschreibung verlinken. So, ich denke mal, das wird jetzt erstmal reichen. Ich schaue mal, ich gehe jetzt mal auf mein Profil zurück. So, und jetzt sehen wir, ich habe jetzt folgt jetzt 49 Leuten schon. Und ja, was wir jetzt sehen können, ich habe einfach schon drei Follower bekommen. Also, es wundert mich gerade echt. Ich folge jetzt hier 49 Leuten. Und jetzt sollen wir jetzt einen Trick machen. Und zwar, wir sollen jetzt hier auf Folge Ich gehen. Also, ich habe jetzt hier auf die 49 geklickt. Und jetzt sollen wir den ganzen Leuten einfach wieder entfolgen. Das Ganze ist natürlich, ja, dauert natürlich ein bisschen. Aber wie gesagt, auch nicht länger als fünf Minuten. Und er sagt ja auch im Video, das Ganze dauert fünf Minuten. Und ja, deswegen kann ich das jetzt mal machen. So, ich stehe jetzt hier bei 15 Followern. Und das Ganze wird eigentlich die ganze Zeit mehr hier. Und ja, die Follower habe ich jetzt in echt relativ kurzer Zeit. aufgebaut. Wenn ihr die genaue Schritt-für-Schritt-Anleitung haben wollt, wie ihr es schaffen könnt, mit TikTok Geld zu verdienen, schaut euch mal die TikTok Profitformel 2.0 an. Link dazu in der Videobeschreibung. Wie ist jetzt aber mein Fazit zu dieser Methode? Also, wir sehen hier, ich habe tatsächlich, obwohl ich null Follower hatte, jetzt hier schon 15 Follower aufgebaut. Und das Ganze wird auch immer mehr. Also kann ich sagen, die Methode funktioniert erst mal. Wichtig ist natürlich zu sagen, es funktioniert nicht so schnell wie bei ihm im Video. Und ja, das kann natürlich mehrere Gründe haben. Natürlich hatte ich hier einen Account mit null Followern und null Likes. Vielleicht klappt es bei euch besser, wenn ihr schon eine gewisse Anzahl an Likes habt. Und der zweite Punkt natürlich, das Video war ein englisches Video. Und ich habe hier einen deutschen Account. Also es kann natürlich sein, dass das Ganze bei englischen Accounts besser funktioniert. Und ja, aber wie gesagt, man kann sagen, die Methode funktioniert. Man sollte das Ganze allerdings nicht zu oft machen, weil ich habe hier schon die Meldung bekommen. Vielleicht steht es da jetzt auch hier. Hier oben, wenn ich jetzt folgen will, steht da, du folgst zu schnell, weil ich das Ganze halt zu schnell gemacht habe. Deswegen solltet ihr das Ganze ein bisschen langsamer machen und auch nicht zu oft machen, weil sonst könnte euer Account halt auch eingeschränkt werden, weil TikTok denkt, dass ihr irgendwie spamt oder so. Also sollte man das Ganze wirklich nicht zu schnell und nicht zu oft machen. Ja, schreibt mir gerne in die Kommentare, ob das Ganze bei euch funktioniert hat und ob ihr wirklich damit gut Follower aufbauen konntet. Und ja, wie gesagt, abonniert gerne diesen Kanal für weitere Videos. Und dann sehen wir uns im nächsten Video wieder. Bis dahin, bleibt gesund und tschüss.